Wenn man sich das mal anschaut, anderes Riesenthema, Migration. Neulich eine Projektion gelesen, die ungefähr so ausschaut, du hast heute etwa 10 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land. Ich bin einer von denen zum Beispiel. Wenn du dir aber die Situation bei den unter 6-Jährigen anschaust, dann stellst du fest, da hast du heute schon 48, 49, 50 Prozent. Das heißt, wenn unsere Kinder irgendwann mal groß sind, leben die in einem anderen Land. Und darüber muss man doch mal sprechen. Und es ist auch nicht rassistisch, darüber zu reden. Wir müssen darüber reden, wie wir das wollen, wie wir das definieren und was das bedeutet.